das ist hier vorne direkt okay letztes versteckt es kann sein dass unser auto kaputt gemacht wird kann aber auch sein dass jetzt irgendwas geiles story mäßiges eventuell noch passiert weil das letzte versteck aber ist krass wenn wir gerade das rennen gemacht hier wo war das ist jetzt eh weg irgendwo hier unten keine ahnung es war am tag das war am tag gerade ein rennen sind wir gegen die alte gefahren genau das war ein duell sind ein duell gegen die alte gefahren und die jetzt beruf die uns an wir müssen da irgendwie helfen dafür kriegen wir das versteckt so haben wir auch damals immer neue kollegen kennengelernt an der ampel bei rot gestanden dann ein backen lassen und danach war man befreundet dann ist man noch meckes gefahren auf dem parkplatz beste leben ah komm wo ist sie der bulle kommt lass mich rein hallo hallo wo ist der eingang hier hallo ja das kann jetzt auch einfach mal im winter kann es auch gerne mal einfach kalt sein und kalt bleiben das passt einfach nicht zum winter weihnachten ja schon wieder sehr weihnachten zwölf grad hau ab weihnachten das ist so wirklich der gar ich erinnere mich noch früher ja das lange her zehn jahre oder so minimum junge weihnachten ich bin weihnachten eigentlich immer erst bei meiner oma und danach noch bei meinem vater am selben tag muss ich sogar zweimal essen deswegen bin ich auch so fett und dann weiß ich doch ganz genau da war so viel schnee dass ich dass wir erst mal kaum zu meiner oma gekommen sind und danach bin ich nicht da weggekommen ich bin nicht da weggekommen um zu meinem vater zu kommen der ist was so viel schnee so muss das sein weihnachten aber doch bitte nicht zwölf grad solchen da alter in badehose zu familien treffen oder was also wirklich das winter muss es auch dann mal kalt sein ist ja jetzt auch nice kalt so ne minus sieben ist ja geil aber diese schwenker immer so ne jetzt ist es ein paar tage minus sieben dann auf einmal ist es eine ganze woche wieder plus zehn ich finde das jetzt gerade richtig geil so das ist doch sonst hast du doch auch gar keine weihnachtsfeeling mann das macht doch keinen spaß dann ist genau wie bei halloween für mich muss halloween auch immer kalt sein ich gucke ich war gar nicht mehr halloween unterwegs gewesen weil es einfach keinen spaß mehr gemacht hat weil es voll war ja voll warm gewesen ist und nur so regen jetzt gerade regnet es einfach auch gar nicht mehr weil es schön kalt ist alles ist schön eingefroren als trocken geil ich meine schnee ist ja schon ist ja schon träumen an weihnachten noch schnee zu haben ist ja schon träumen aber wenigstens kalt es muss wenigstens kalt sein weißt du wenn du schön zum familientreffen dies ich mache das jetzt nicht so ich will meine ruhe haben hier aber so regulär würde man ja irgendwie zur familie gehen ja dann schön dicke jacke fett eingepackt wie so ein eisbär erstmal jacke ausziehen nächste jacke ausziehen und dann schön in so einen mollig warmen wohnungen oder restaurant dann schön dann da weihnachts essen in der werkstatt und all die wunderbaren gerüche ja keine ahnung es gehört einfach dazu man muss so sein das ist einfach wieder kein weihnachten ich glaube letztes jahr hatten wir genau dasselbe leute oder letztes jahr war das genau dasselbe da war das auch so warm und da haben wir genau den gleichen talk gemacht wie jetzt es ist so traurig es ist doch jetzt kalt kann als ich noch eine woche so bleiben jetzt ist ja story mäßig nichts passiert da schalte alle verstecke frei was haben wir bekommen sind schreifahr effekt jetzt haben wir noch mal bekommen okay zwei kann ja nicht schaden jetzt haben wir alle wo ist denn das jetzt hier ganze glabert hier jetzt hier ist das ja das ist doch geil dann haben wir jetzt hier links auch mal so ein bisschen was wo man sich verstecken können sehr gut ja ja